Vom Mond aus betrachtet wirkt mein Menschenkörper wie eine weggeschmissene Tube Senf in der Mitte von Milliarden. Ihr könnt mich alle mal und neige mich lieber den notwendigen Kleinigkeiten zu. Stoffwechsel, for example. Meinungen verhalten sich wie Gase, die flüchten. Zurück bleibt Unfassbares und ein zarter Schatten im Unbewussten. Doch ist es nicht diese fein abgestufte Schattierung, die dem Gedanken erst eine Tiefe verleiht? Glücklicherweise fordert die Wirklichkeit nicht eine klare Perspektive, sondern wie nah sich meine Realität wirklich anfühlt. Ich notiere ich schnell. Jetzt kriege ich Hunger.